Moin wir haben Paket Puckste hier Amazon und DAL und leck mich doch am Arschliss und schon ist die Laune weg meine Assistent sitzt hier gerade im Hintergrund ja hat man leicht gehört ja wir schneiden es mal auf und sind mal gespannt interessant ist eher dass das Amazon Prime ist und dann ich das ist wieder ein Paket wo ich nicht weiß was drin ist weil ich wie gesagt ich habe zwei Produkte bestellt beide kommen aus China und ihr wisst selber dass die jetzt nicht mit Amazon dran schicken das ist ja schon fragwürdig was drin ist also für mich jetzt jedenfalls weder ist weder irgendeiner von euch Arschlöchern hat mir wieder Fälligessen geschickt jetzt mal mehr erst wenn mir einer von euch Fälligessen schickt ja ok das war's hätten wir das Thema auch geregelt so einmal zurück Karton leicht öffnen und mal gucken was drin ist ich sehe gerade noch mehr Pappe und verpackung mal wieder ist das nicht ein schönes Paket hier Klopapier und noch mehr ich will gar nicht gucken ist ein Karton sehe ich irgendwas bis jetzt da steht irgendwas ich ziehe es mal so raus dass ich selber nicht gucken kann so ziehen wir einfach mal auf hier jetzt fällt ja schon auseinander das leck mich doch am Arsch ja jetzt reißen wir auf hier ach nö komm die Fresse ey Alter ernsthaft jetzt schon mal ein Grummel wenn ich drüber nachdenke du krieg direkt hier wieder eine das reicht uns was mach ich nur hier was mach ich hier nur ständig ich will kein Fertigessen mehr ok also das wär's mit dem Unboxing wir haben hier einmal sieben Packungen Russbratwürstchen in einer kräftig würzigen Soße mit Kartoffelberee und Weinsauerkraut ach ja ich hatte doch die Schweine Rouladen gekriegt ja ich habe eine gegessen und hab mich bald bekotzt also mir schmeckt es gar nicht müsste selber probieren ich will nur ehrlich bleiben also ich mag es nicht die rostbratwürstchen mag ich den Grünkohl habe ich probiert der ist super ja die Schweine Roulade allerdings überhaupt nicht ich guck mal dass ich den Scheiß in den Keller verfrachte ach leck mich doch am Arsch nicht im Götter Linien ja im Götter Linien jarnend näh